Nach untreue Vorwürfen, Katie Price Karl Wutz versöhnt. Hat Karl Wutz seiner Katie Price, 44, so schnell verziehen? Vor ein paar Tagen stellte das Male Model ein emotionales Video ins Netz. Darin behauptete er, das reelle DTV-Sternchen habe ihn betrogen, und ihren Fehltritt sogar zugegeben. Die Konsequenz, der Bull löste die Verlobung mit ihr und verkündete. Für ihn hätte sich die Beziehung damit erledigt. Doch was die Fans des On-Off-Pärchens nicht allzu sehr überraschen dürfte, Karl und Katie haben sich offenbar schon wieder versöhnt. Dafür sprechen nun zumindest eindeutige Bilder, dieses Sun vorliegen, die aktuellen Fotos zeigen Karl und Katie total zärtlich miteinander, als wäre nichts vorgefallen. Die beiden Influencer umarmen sich, kuscheln und knutschen hier auf offener Straße. Da hat sich wohl jemand ausgesprochen und beschlossen, die Beziehung noch nicht aufzugeben. Whether Karl noch Katie haben sich bisher zu ihrem offenkundigen Comeback geäußert. Zuvor hatte ihr Schweigen für jede Menge Hate im Netz gesorgt. Auf Instagram gingen Karlsfans regelrecht auf Katie los, und Reue? Wirklich? Wann wirst du endlich erwachsen? Stichelte ein Nutzer. Überrascht es euch, dass die beiden ihre Schwierigkeiten offenbar so schnell überwunden haben? Stimmt ab! Stichelte ein cutting ab! Untertitelung des ZDF, 2020